Geschichte war nie so mein Fall. Vor allem nicht hier mit Ägypter. Dann sind wir schon zwei. Hey. Der Sandwahl lebt. Hey. Ja, echt mal. Wie ist denn Geschichte? Ich meine, schön und gut für die, die Geschichte gelernt haben und Geschichte lieben, aber nicht mein Fall. Oh, nee. Gut, ich muss ja mal weiter. Ja, aber irgendwo fährt doch jetzt hier noch ein Tempel, ne? So, danke. Wir sterben, mein lieber Kleiner. Hör auf, an der Decke zu schilden. Die Sterben, genau. Lass ihm seine Decke. Er mag Decke. Herr Decke ist brav. Ich meinte jetzt nicht die Art von Decke, ich meinte jetzt einfach nur, dass er nicht den ganzen Tag da an der Wand schilden soll. So meinte ich. Doch, darf er. Vom Arsch darf er nicht. Also ich meine, der darf gar nichts vermeiden. Jetzt schildern nicht so und komm nicht hier angesprungen. Sprich dich auch nicht so an, du Ekel. Der Wärsling. Wenn du mir eine Nummer schieben willst, dann sag doch gleich Bescheid. Oder frag, wie ist denn, Liebonett? Wo bist du da eigentlich? Du bist hier irgendwo. Du bist hier. Ja, in den Tempel hier rechts hinten war ich schon, also in den ganzen Händen. Böse Löffchen, komm mal her mit dem komischen Schwanz. Das hier können wir immer noch nicht eröffnen. Hier ist verschlossen. Ah doch, nee, nicht mehr. Okay, hab's gefunden. Ja, ist okay. Ja, ist okay. Komme ich mich mal kurz um die Äffchen. Ah, wenn die nicht immer wegspringen wollen. Okay, weil mir danach ist. Ups. Ja, Gegner. Auch ne dicke Gegner. Ja, was willst du machen? Pass auf. Oh Gott. Okay, überlegen. Wie kommen wir da heil durch? Bin durch. Oh, sicher. Okay, das war ne dumme Idee. Ganz doofe Idee. Okay, einer ist tot. Weißt du, wie scheißegal mehr das ist, ob der jetzt tot ist oder nicht? Das viel nervt nur. Abgrund hier. Ich kann die nämlich nicht töten. Ja, weil ich's kann. Weil ich kann. Ja, ja. Das ist voll die Begründung. Ey, warum bist du vor mir? Ja, weil du's kannst. Ich weiß, ich leck mich am Arsch. Der stößt. Der stößt. Alles lernt. Ja. Ich bin nicht doof. Nicht ganz doof. Genau. Genau. So, äh, ja, vier Rüstungen von hundert und noch was. Oh Gott, spring mal. Wee! 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 What the fuck? Also ich dachte, wir sind in Ägypten, ja? Konnten die Ägypter sowas damit schon bauen? Es ist Alien, hör doch mal der Story zu. Äh. Willst du mir sagen, dass Aliens die Swings und den ganzen Müll gebaut haben? Nein. Na, also. Sie haben's umgebaut. Genau. Ja, das sind ja Aliens. Haben sich neuen Architekten geholt, dann haben sie ja alles modernisiert, ne? Richtig. Genau. Es sind Aliens, also. Ja, was würdest du mir damit sagen? Würdest du dir sagen, die sind jetzt super, super duper? Weil sie ist geil. Aber jetzt mal rein logisch, ja? Also, Aliens können sowas nicht machen. Bin ich jetzt richtig? Ja, du bist schon extrem weit vorgespielt. Fick dich. Sie haben das Spiel erfolgreich durchgespielt. Sie haben nichts erreicht, aber sie haben es durchgespielt. Spielen sie die Erweiterung. DSC. Keine Ahnung, wie die heißen. Äh. Barthes Neil. Heißt du? Okay. Es gibt irgendwie zwei oder so, hab ich, glaub ich, gelesen. Was? Ja, es gibt zwei Erweiterungen. Kann ich sein, ich hab, äh, alles gekauft. Es war nur eins dabei. Es waren, glaub ich, zwei. Nein. Ist das jetzt ein Gegner? Nein. Ja, ist okay. Ich bin auf dem Weg. Warte mal. Okay. Doch, nur wieder. Ist die Frage, wo muss man hin? Kommst du hier fälligst mal runtergeschüssen? Arschloch. Jetzt ist ein Loch weg. Kann ich dir reinfallen? Ich glaub schon. Das wollte ich versuchen. Ging's? Keine Ahnung, ich konnte nicht. Das läuft das zu. Ich bin runtergefallen. Genau, ich spawne da, wo eben das komische Lichtdings war. Genau. Ach komm, ihr wollt mich da alle quälen. What the fuck? Ich hab jetzt noch die Pistole. Und C4. Und den Hammer. Ich hab keine Schrofflinte. Kein Sturmgewehr. Kein Raketenwerfer. Kein Granatwerfer. Bring dich rein. Ja, wow. Vollleg' ich noch was, aber was? Was? Kampf. Genau. Und jetzt hab ich meine schönen Waffen verloren. Ich hasse mein Leben. Ich hasse mein Leben, ja. Och, Mann. Ach Gott, den kann ich gar nicht so besiegen. Ich glaub, bei Selbstmord gibt's irgendwie Strafe. Jetzt kann ich ihn dann schon angreifen. Oder wenn ich da zumindest mal auf dem Muni finde, krieg ich wieder... Ja, ich seh gar nicht zum Gegner. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Hilfe, Hilfe, Mami, nein. Ich bin auf dem Weg. Nein, hab ich nicht. Ich bin zwar nicht deine Mami, aber ich bin trotzdem auf dem Weg. Dann bin ich jetzt eben gesprungen. Oh, ich gebe Rüstung und Leben. Wow, mit einem Pistole rumrennen. Ich sehe aus wie so ein... Ich weiß nicht. Ah, C4, ja. Ach, das ist der Gegner. Oh, der C4 habe ich auch. Leider aber keinen mehr. Ja, eigentlich das Einzige, was ich machen kann, ist mit einem Hammer angreifen oder was? Tür ist verschlossen, gut. Ah ja, gut. Gut, C4 ist auch verschwindet. Oh, der hat mich voll eine gegeben, Arschloch. Nicht auf mich immer. Oh. Ja, ich weiß, ich habe geholfen. Bleib unten hier, nah, auf die Knie. Oh, ich bin nur einmal gestorben, weil ich mich selbst umgebracht habe. Yes! Okay, was ist das hier? Das ist nichts. Nix. Was ist das hier? Es ist etwas. Nix. Vor der Hand! Ja! Besser als ich. Ja, äh... Ja, was sagst du denn? Du bist immer besser als ich. Zumindest in dem Spiel hier. Ausnahmsweise. What the fuck, schon so spät? Wie früh? Ne. Haben wir jetzt fast eine ganze Stunde? Ne, es stimmt, du kamst ja ein bisschen später. Schon okay. Schon okay. Schon okay. Es waren nur 15 Minuten. Nur. Ja, niemand. Warte, macht euch niemals mit André einen Termin aus, ja? Du wolltest ja unbedingt machen. Ja, weil ich noch duschen war und alles. Ja, hättest du auch schon scheißen können. Niemand richtig im Video. Oder niemand sieht dich. Ja, ich weiß, aber... Dann würde niemand mir deine Videos anschauen. Danke. Äh, ne, aber es geht darum, ähm... Dass, ähm, ich, ähm... Ja, auch noch nebenbei denn noch einen Film geschaut hat, den ich noch zu Ende gucken wollte. Und ja, von daher war das ein bisschen blöd, ne? Ach, ist egal. Mach du wieder? Ja. Okay. Wollen mir... Bestimmt kriege ich die immer wieder, wenn ich dann Munition wieder dafür habe. So. Denke ich mal. Weil die waren ja noch... Die waren ja an fünf Strichen noch da, nur ausgegraut. Da ich sie nicht benutzen konnte. Ich glaub, das ist halt, wenn... Wann jetzt hab ich nur wieder ein... Ein... Wie solche dunklen Stellen hasse? Arschloch. So, warte mal. Hier liegt eine Leiche. Hier liegt... Nichts. Nebel. Nebel, genau. Erstmal benutzen. Oh, ich höre... Ich höre Mietekatzen. Einfach benutzen. Benutzen ist immer der... Der beste Weg. War hier der Hebel? Wo bist du jetzt hin? Du lässt du die ganze Zeit weg. In der Mitte war der Hebel. Ah ja. Kann ich's benutzen? Ne, kann ich nicht. Ne, ich hab ihn schon benutzt. Ich hab ihn schon benutzt. Ich hab ihn schon benutzt. Hier ist noch ein Hebel. Ist wahrscheinlich die andere Tür aufgegangen. Ich bin confused. Ich glaub wir haben wir die ganze Zeit hier. Du hast ne Ahnung. Vielleicht. So. Perfekt. Ein Headshot für was. Mach du die ganzen Hebel. Arbeiten. Ich glaub jetzt einfach nur doof hinterher. Warte, 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 warte. Okay. Ich denke da hinten hat sich was geöffnet, oder? 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 Ne, von hier sind wir gekommen. Warte! Ja, du wirst nicht. Ich hab was gewonnen. Ne, mehr mal. Hier sind wir gekommen. Also bedeutet. Das da. Ja. Ich glaub das hat sich geöffnet, oder? Ja. Hier waren wir schon. Oder? Also ich hab den Hebel umgelegt. Okay Gott, dann wollen wir da noch nicht. Bedeutet. Das müsste sich. Ne, da waren wir schon. Da hat sich noch was geöffnet. Warte, wo ist da? Da hab ich gefunden, wo wir hin müssen. Hier rein. Hier rein. Hier rein. Da lang. Und da lang. Okay, gut. Oh, jetzt bin ich aufgestoßen. So. Ja. Schöne, 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 schöne scheiße hier. Mit Labyrinth. Ah, Licht. Ich seh Licht. Und ich seh eklige Spinnen. Ich nenn's mal Spinnen, obwohl's keine sind, ich weiß. Ha, Rüstung. Moni. Wohin, läuft mir. Du scheiß Vieh. Und du auch. Warte mal. Ich hör irgendwas rumlaufen. Bist du das? Ne. Ne. Ach, du bist natürlich schon mal vorgelaufen, du. Kannst du ruhig mal auf mich warten, ne? Äh, äh, äh. Äh, 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 äh. Ich bin ein ungeduldiger Mensch. Äh, 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 äh. Ja, ja, die, die drei Sekunden, ja? ja drei sekunden sind zwei zu viel zu verarschen zu 99 ja ja ich merke schon aber ich bekomme gerade hier sowas und alles zugeballert extra live in 4000 genau nach nachladen nervt nicht so ja warte mal so solche ausdrücke so machen wir noch mal ruhigen schrufen daraus mache ich eigentlich immer vollständigem schruft den monik meint hier hinten ist irgendwas also unten küsse ich man kann ja gucken vielleicht finde ich jetzt ein schatz und extra live oder vielleicht doch gar nichts hat auch rüstung und extra live na was eingeplant ist dann deine deine plan dingens sicherlich warte auf mich du ungeduldiger mensch folgt von rechts ist so ein dicker le wir drehen noch ein paar runden so in der reise jetzt erstmal noch kurz den kopf ab ist ja eklig ach der küsse gehen noch mal noch oder wie wir müssen passen egal genau so die ganzen muni einsammeln rüstung natürlich leben und aus das ist ja jetzt rum oder haben wir das wegen den punkten gericht und tippel dafür ich glaube nicht rein also bestimmt so ein hüpfchen hüpfchen genau hätten es rüstung so viel geht hier auch nicht ab muss ich sagen um die ecke springen ok gut und ich glaube jetzt durch den scheiß tümpel meine schönen neuen schuhe mal gut ich denke mal böser mietze katzen springt mich doch nicht an ich denke mal hier